In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Spülarme Ihrer Spülmaschine zur Reinigung ausbauen können. Lösen Sie zuerst die Schraube, mit der der Spülarm befestigt ist und nehmen Sie diesen dann heraus. Um die einzelnen Düsen abzunehmen, drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn und nehmen sie dann ab. Um die Spülarme wieder zusammenzubauen, setzen Sie die Düsen auf den Spülarm und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen. Setzen Sie den Spülarm dann wieder in die Maschine und befestigen Sie diesen mit der Schraube. Untertitelung des ZDF, 2020